Musik Es ist Stellenwert des Bambis, das ganz einfach zu erklären. Das ist absolut die größte Veranstaltung des Jahres in Deutschland. Musik Musik Ich glaube, heutzutage gibt es nicht mehr den typischen Bambi-Look. Ich bin froh, wenn die ganzen Damen keine Baiser-Frisur mehr tragen. Also ich finde, Peschamines, siehst du es genau, was für mich eigentlich der Bambi-Look ist. Es ist sexy, die Kleider heutzutage sind nicht mehr diese altbackenen Kleider. Es ist mehr eine Dekoration. Eine Frisur sollte nicht mehr das Hauptaugenmerk sein, sondern eher ein Accessoire der Frau. Also ich hoffe, dass sich viele Frauen daran halten, dass man Frisur nicht mehr totbetonieren muss. Also meine Bambi-Frisur ist definitiv was Offenes, was Struppeliges, was ein bisschen aussieht, wie man damit geschlafen hat. Der typische Bambi-Look ist glamourös, edel und passt zu allem.